So, wir sind ja bei unserem ersten Tag als Ausflug, unserem zweiten Tag. Das ist der Strand-Finale. Ich möchte euch einfach mal zeigen. Ja, es ist ein tiefes Strand, aber schaut euch mal ganz an. Das ist richtig schön, das Meer um uns herum. Das Wellenrauschen ist doch einfach wunderbar. Ich habe das nochmal von der anderen Seite mit den Bergen. Ihr seht, auch hier wird gebaut. Es ist unheimlich schwierig los hier. Es ist also richtig schön Spaß zum Balaxen, richtig schön Zeit. Ein bisschen die Strandpromenade. Aber wenn man sich hier nicht erholen kann, entspannen kann, nur das Meeres rauscht um euch herum. Das ist doch sowas von schön. So, wir haben Müll mit dem Luchtverastung und weiter geht's zur nächsten Vakation. Wir sind auf unserem Ausflug am Strand von Finau und wir sind wieder in unserem Apartment gelandet. Und ich liege jetzt hier auf der Wiese und ich zeige euch mal meine Aussicht. Bitte zu meinen Füßen. Tatsächlich, ich habe freilaufende Hühner. Ich finde das so geil. Schaut euch das mal. Also ihr wisst, woher eure Eier kommen, Kiddies. Von freilaufenden Hühnern. Also hier ist es wirklich echt klasse. Wir haben hier nicht nur freilaufende Hühner. Wir haben hier noch ein Reh, das ich euch bei Gelegenheit zeigen werde. Schaut mal unsere Aussicht an. Ihr habt da vor uns einen Kirschbaum. Hinten dran ganz tolle Berge. Dann Feigenbaum. Das weiß ich nicht, das wächst gerade. Und ihr seht hinterm Rosenstrauch, ich hol's euch nochmal her, ganz langsam, wieder ein freilaufendes Huhn. Und da seht ihr auch jetzt, wo es weiter weg ist. Da seht ihr noch so einen Tisch, einen Weg. Und da hinten, da wo das Geländer ist, da ist der Eingang zu unserem Apartment, wir sind jetzt zu unserem Ferienhaus. Und hier werden wir jetzt noch schön die Sonne genießen, zusammen mit den Hühnern. Ich bin so klasse. Und werden den Tag echt noch ein bisschen Revue passieren lassen. Im Finale war es auch schön. Wir sind dort einkaufen gegangen, haben uns dort mit Focaccia versorgt, haben auch schon genascht davon. Und werden einfach diesen Tag genießen. Noch ein unserer Mitbewohner, ein Reh, das ist mittlerweile sieben Jahre alt. Die Mutter wurde damals vermisst und wurde von hier großgezogen. Jetzt hat es ein schönes Freigehege, ist zu stark an Menschen gewöhnt. Deshalb ist es hier in einem eingezäunten Gehege. Und ihr seht, es hat einen Feigenbaum oben drüber. Ich stehe unter einer Eichel, also es wird richtig gut versorgt. Und der Besitzer ist auch mit dabei. Ihr seht, dem geht es richtig gut. Wir haben also jede Menge Mitbewohner. Einige werde ich euch noch zeigen, außer den Hühnern. Gibt es hier noch vier Katzen, drei Hunde. Ist es nicht schön? Wunderbar. Und wie ihr natürlich wieder hier bei der Arbeit seht. Das ist Axel, der ist wieder mal mit am Fotografieren. Da werden wir da auch noch ein paar Bilder sehen, die sind richtig schön. Und das ist in dieser wahnsinnig tollen Landschaft. So, ich hole es euch nochmal da ran. Wunderschönes Tier. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich schon auf unseren dritten Tag, den wir haben werden, hier in Finale. Also seid gespannt, was da noch alles kommen wird. Und dann geht's euch noch ein paar Minuten. 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 Vielen Dank.